Hallo miteinander, ich wollte jetzt ankündigen, dass ich keine Videos bis zu meinem Geburtstag mehr hochlade. Wieso bis zu meinem Geburtstag? Weil ich da etwas bekomme, ich verrate euch noch nicht. Aber es wird die Videos ein bisschen verbessern. Also, was heißt ein bisschen? Ja, und ja, und ich werde jetzt auch die nächsten sechs Tage, deswegen bis zu meinem Geburtstag, weil es jetzt halt günstigerweise nicht so weit weg ist, halt bis dahin werde ich jetzt keine Videos mehr hochladen. Ich werde vielleicht mal noch jetzt gleich ein kleines Happy Wheels Video machen oder nochmal ein Minecraft Video oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade eben schon ein Minecraft Video gemacht und durfte feststellen, alles ist voller Echos und, ja, ist halt behindert geworden und das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, dass ich das jetzt nicht mehr, dass ich keine Lust habe darauf. Und, also, ich habe jetzt keine Lust, alles mit Echos aufzunehmen und das dann, ja, hochzuladen, weil das tue ich euch nicht an. Ich meine, für das, was ihr eh schon anguckt, ich meine, ist doch so. Na gut, auf jeden Fall ist das das, was ich sagen wollte. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass ich die letzten Tage nichts hochgeladen hatte. Ihr habt euch vielleicht gedacht. Ha! Geil! Ja, ganz genau. Also, kann ja sein, dass manche so denken, so Face-Porn. Und, naja, meinetwegen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr dann bei dem kleinen Happy Wheels Video, ja, habe ich mich jetzt gerade dazu entschlossen, was ich machen werde, dabei seid. Und an meinem Geburtstag mache ich auch noch ein Picky-All. Das ist Picky-All. Ja, auf jeden Fall. Hä, das reimt ziemlich. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid dann dabei, heute oder morgen. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder in eurem Computer quatsche. Tschüss!